Hallo und herzlich willkommen, nun geht es weiter mit Diablo von Yoshi, mit dem Hexendoktor. Viel Spaß! Zu den alten Ruin, bitte. So und jetzt gehen wir wieder bei der Sommiss. Sicherung, die in Ruhe zu lassen. Und hier auch die da. Da oben, ok, hat du das. Aha, hier lang. Und hier die Brücke. So, Adria-Zirkel. Wie man ein bisschen die Datenschutzformel. So, Loot, was wir brauchen können. Alles einsammeln und so. So, was passiert jetzt? Ok, jetzt werden wir die Scality-Arbeit drücken. Wie sieht sich das gehört? So, ein Stückchen weg. So ist hier die Staffie. So. 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 Dann machen wir den da schon mal. Dann stellen wir ja noch den Rest vielleicht. Vielleicht jetzt wieder. Nehmen wir das alles hier. So. Das hier. Jetzt können wir wieder mit der Lege. Sprechen. So. So. Weiter geht's. Weiter geht's. So. 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 dann nehmen wir das. So. Dann machen wir ordentlich gerne die Runde. Dann setzen wir mal die eim auf die eims, w SDG zu fairen. Ah gut. Einen Kasten hinzumodeln. die Platten. Und die auch schon dort. Noch einer. Und hier rein. und die So, jetzt ist es aber gut. So, weiter. So, jetzt gehen wir mal. dann sollte man nicht zur lade kommen die Ich bin der Wachstum. Und hier ist es noch ein paar Minuten. Und hier ist es noch ein paar Minuten. Vielen Dank. 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 Oh, Vielen Dank. Musik Das war's für heute. und da geht es dann zur nächsten Ebene und da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe es hat euch gefallen mein Let's Play zum nächsten Doktor und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss dann, Tschau!